so wie sieht es hier aus wie weit sind wir denn da uns fehlt noch werkzeug wir warten händeringend auf unseren lieferanten wo ist denn der wir brauchen ein bisschen werkzeug freunde weil noch können wir es nicht selber machen aber es ist eine frage von zeit die kirche ist wirklich viel zu hoch denkt man alleine dran wenn die da wenn die da sauer machen sollen die kommen wir um gar nicht an die für spinnenbühne dran vor was brauchst du für eine lange lange der langen wiesen alter furchtbar so hier sind immer noch maulig 38 das wird immer schlimmer aber was ist los was ist denn hier los nahrung der brot ich weiß wir sind dabei ich bin doch du sind das dabei wir machen wir machen was wir können wir machen wir haben wir gerade wir haben hier noch die stein mit unterbringung ist okay hier das brot fehlt es fehlt brot ja wir sind dabei wir warten nur auf den bäcker dass der hier gas gibt mein lord was haben wir hier belohnung plus zehn was haben wo klemmt das bei uns denn gerade ich glaube hier oben ich glaube dass eigentlich schnurz peter arbeit ich will dem könig helfen naja wie kann ich meine könig helfen den klerus da haben wir 17 33 17 lassen mal ein bisschen handwerk hier dem volk helfen sagt hoch wie was soll man fisch liefert ach nee das war diese sache mit geschichte ja geht ja wieder nicht wir haben ja kein fisch hier sagt leute ich jetzt kein wasser weit und breit ein unglücklicher dorfbewohner verlässt unser er verlässt uns er ist natürlich jetzt was soll man machen wir geben uns die beste mühe wir können ja versuchen im brunnen zu angeln vielleicht finden wir also vielleicht fangen wir da ja fische wer weiß ja nicht mehr nicht so wie sieht es hier aus hildegard wie sieht es aus bist du zufrieden attraktivität hoch ist maulig alter von ist die sauer meine güte ist die sauer dienstleistung kirche ach und hier das war nicht nur kirche doch kirche kirche wir haben zu die kirche zu klein wir brauchen noch eine zweite kirche nützt alles nix haben wir dann machen wir brauchen eine zweite kirche hier aber das gleich fertig kommt schon los 3 fertig lucy gibt stoff 3 2 1 fertig und ich hoffe das passt doch hier proben backbrot so amalia und allen amalia und ellen ich glaube die wohnen sogar zusammen die haben ja so aa auf dem türschild stehen sowie weit ist die burg 80 das ist fast fertig die hürde ist fast fertig da fehlt nur hier der kleine bogen und dann ist die sache durch hier das ist das ding im kasten ein denkmal siehst du kann sonnenschein endlich einziehen ist der ganze dritt nämlich weg ein unglücklicher ja freunde wir sind doch schon dabei wir geben unser bestes wasser herrenhaus ist fertiggestellt sonnenschein kannst einziehen es ist fertiggestellt ist ja der aber da ist es und da ist sogar eine tür drin dass man reinkommt oh warte mal upsala warte 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 hier warte mal soldaten zuweisen baptist der hund und die viktorie das sind soldaten du wirst sogar bewacht sonnenschein ist ja der hammer sonnenschein wird bewacht da die machen sich auf die socken da die haben aber nicht gepeilt dass der weg hier vorne kürzer ist alter sind die sowas von brisig das gibt es ja gar nicht das ist ja nicht normal klein aber fein sagst du so ich weiß dass so klein ist die hütte gar nicht jemand haustelefon hat sie noch nicht also ist er noch gar nicht entwickelt aber ich meine so klein ist die bude gar nicht warum kann ich nicht wenn ich jetzt hierher gehen warum kann ich nicht darum drehen das ist doch jetzt kuriosum ich kann nur und ach ja klar wir drehen uns nur und unserem marktplatz rum alles klar gut das kann man aber irgendwo auch ausschalten meine ich glaube ich denke ich hoffe ich so pass auf das ding ist wo ist das teil da fertig so und zwar bereit brot so jane du darfst und zwar gas mäßig verkaufen guten abend janik schön dass du reinschust aber ich glaube vor der wind ist der einzige der singt mir fällt gerade an wir haben wir haben überhaupt keine musik hier an soll ich mal schnell musik anmachen soll man fix musik finden das könnte ich eigentlich theoretisch mal machen wenn ich das finde heißt das jetzt ne so musik machen musik an dass man ganz lustig wie lustig aber das wäre interessant was haben wir hier das hier nehmen wir das doch mal so sonnenschein dieses skier 20 was du da machst du versuchst du das ist in dem chat ding ist das müsste da oben dieser kleine pfeil neben dem smiley das ist glaube ich da drin ist da muss man irgendwas machen keine ahnung ich kenne das nämlich selber nicht so was wollte ich jetzt machen wohnhaus ist fertig gebaut und die laune steigt fällt steigt wie fällt nein die steigt ich hoffe die steigt so brot haben wir auch hier brot wird gebacken wie groß was haben wir mit wasser wasser ist glaube ich ziemlich weit ich weiß gar nicht wo der brunnen ist wo ist der brunnen daher ach da hinten ist der brunnen vielleicht sollten wir hier noch ein brunnen machen weil der bauer denn der landwirt nicht der 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 farmer der braucht ja auch ein bisschen wasser für seine pflänzchen das wollen wir dir noch mal geben und zwar ist der brunnen da ich würde sagen die stelle so zentral zentral so dahin so warum verlassen wir uns alle jetzt haben wir schon 50 das wird besser das kriegen wir hin jetzt lassen wir weg hier nicht möglich aber das möchte ich ja nicht geht aber nicht na gut müssen wir durch so das haben wir jetzt die frage was was ist das nächste was bei uns an liegt kommen wir an die oder kommen wir ran da kommen wir ran wo ist das hier ist so sehr 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 und zwar eisenerz das eisenerz ich glaube wir müssen dazusehen dass wir hier was gebaut kriegen ist aber glaube ich jetzt ganz schlecht weil ohne moos nichts los ne kennen wir doch glaube ich ne ist ja großartig aber wie gesagt wir müssen das timer bauen da müssen wir kommen nicht drum rum können wir so hochschrauben ja so windmittelbäcker haben der stein jetzt da haben wir auch das haben wir haben wir haben wir haben das ganze uns fehlt jetzt jetzt die eisenschmelze die schmähdeküllerei eisenmine das ist das was uns fehlt ist natürlich nicht teuer 100 gold aber wie gesagt die müssen wir die kompeten ihrer mission zurück sehr gut hoffentlich sind die herrschaft noch alle in ein stück das wäre eine katastrophe wenn wir da hälfte mehr wieder kriegen dann kommen sie ich denke mal die sind alle da hier guckt mal hier wird ausgebaut hier wird groß ausgebaut das ist doch nicht schlecht der soldat ist ziemlich traurig warum er hat kein haus hat keine nahrung hat keine dienstleistung bürger jetzt kommen die ganzen bürger schleichen sich um die ecke und ja natürlich ganz andere bedürfnisse da müssen wir doch mal sehen dass wir das irgendwie befriedigt bekommen ein wohners oder ausgebaut da sehr hübsch ne alles da was sie was wird was sie brauchen das ist doch nicht schlecht auftrag abgeschlossen gebäude frei fertiggestellt der fertig stellt der brunnen der bundes fertiggestellt super das ist doch ehrlich so 1000 gold haben wir bekommen ja wir haben nur 800 das natürlich super manchmal pause wir haben ein neues territorium das muss kaufen das werden wir auch machen territorium und zwar wie sehen wir denn wer will ich immer sagen diesen grüten wenn nach da so hin das kaufen wir mal so sie könnten theoretisch das aber kaufen 500 aber wir haben doch gesagt der brappelt und brappelt die ganze zeit wir machen mal so ist erstmal gucken wo haben wir es noch eisenerz war da da müssen wir sie mir irgendwie in pflanzen mine 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 da die eisenmine wussten vorne hätte bei dem apparat dreh mal super da ist hinten da ist vorne okay ich würde mal sagen die muss bestimmt in diesen bereich rein bobs da wird sie reingebaut zack ich will hier nichts aufgeben vergiss es hier wird nichts aufgegeben so wird etwas gebaut oder davon am ende liegen da da haben wir die eisenmine sehr schön eisenmine ist da dann brauchen wir hier nämlich noch die eisenmine dann brauchen wir auch das brauchen wir noch eisenmine mini 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 die eisenschmelze brauchen wir mal eisenschmelze auf pause hier bevor hier alles so warte ist gleich auf pause jetzt auf pause so eisenschmelze müssen wir haben die kostet uns 150 die schmiede brauchen wir kühlerei müssen wir haben ganz wichtig und denn noch ein holzhacker den holzhacker bub die bauen wir alles das bauen wir alles hier hinten nennen das versuchen wir mal alles hier hinten wir hinten unterzubringen irgendwie ich weiß nicht wo da vorne ist also hier ist ein bisschen doof und im berg zu bauen so zack der kommt dahin weisen schmelze die schmiede kommen wir auf die andere seite zack so dann brauchen wir natürlich eine kühlerei ich hoffe das überlagert sich jetzt nicht so damit eine kühlerei sehr schön und wir brauchen noch ein holzfäller lager wenn wir schon dabei sind dann können sie genauso gut hier holz abbauen den lassen wir hier so mit inbauen zack sorgt die holzfäller kommt dahin dann werden wir den gleich mal sagen gewinnung und zwar hier ist alles schön das ist alles unser am liebsten ich kann leider nicht im größeren kreis machen das wäre noch mal eine tolle sache wenn man das könnte aber geht halt nicht so so wir wollen hier oben hin das ist alles unser das wollen wir alles mitnehmen da alles an mal die alles an und ich und ja und ich und ja siehst du doch da fehlt noch was so und hier auch ein bisschen so nebeneinander siehst du wunderschön so jetzt kann hier gebaut werden wie groß warte mal ist die kohle ach nee das ist ja auch stimmt da ist ja hier ne 62 haben wir noch wir haben gerade ordentlich kohle rausgebratzt jetzt haben wir nicht mal um das geht im keller das geht aber im keller hier meine güte ich glaube wir haben zu viel gebaut habe ich gespeichert ich hoffe ich kann ich den speicherstand wieder laden machen wir nicht da müssen wir halt durch so 56 das steigt so langsam drei dorfbewohnern für elf dorfbewohner fehlt es an kirche wir brauchen diese blöde kirche wir müssen diese kirche irgendwo hinbauen damit die wieder glücklich und zufrieden sind gut dann müssen wir halt eben eine kirche wir können eine kleine kirche bauen oder dann haben die voll den stress hier gerade mit der kirche war so ländliche kirche wir bauen eine kleine kirche den kern die können wir doch ruhig hierhin stellen oder so ein bisschen hier so oder ein bisschen da so wir bauen eine kleine kirche wir brauchen diesen riesenapparat oder so ein bisschen bis zu die jahre kleine idee so das gute so kernkernkernkernkernkernb die sie kennt immer schöner nöschen kernkernkernkernb ist cooler so kernb zack ein bisschen höher machen das ganze nicht zu groß so was haben wir noch schönes erweiterung a das können wir schön hierhin machen ein bisschen höher ziehen so und wir haben ein kleines kleinturm für leute gehen da rein steht das irgendwo 20 dorfbewohner weil man kann ich das drehen jahren so was auch so 20 mehr nicht 20 davon ist knapp 20 knapp das und das machen wir noch mal weg das teil wenn man kurz mal da so erst mal die seite kernb bauen wir hinten noch mal dran soweit man dreht das noch mal dreh das noch mal also jetzt haben wir schon für 40 was mal auf 40 so das ist schon mal nicht schlecht das ist schon mal ein bisschen kirche wenn wir das quer anbauen sie tun das ich würde sagen wie nicht gekonnt nie das ist doof das ist das machen wir weg ich hätte das bauteil nicht löschen nein nicht zu fassen löscht er alles wir haben so schön gebaut mist ok herrn b kernb wir bauen hier die kirche da kannst du sagen du bist da kommt die kirche prestig guck jetzt mal an da punkt 6,8 freud wurde hier kann hoch ausbauen nein 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 so sagt dahin kernb hier hinten aber dran sagt höher prestig stimmen müssen rauf prügeln hier schade ich bin nicht gleiche höher hin nach großartig da irgendwas ist immer kleiner turm unbekanntes teil hier ist unbekanntes teil wo was ist das für ein ding das unbekannte teil gefällt mir irgendwo da hat das haben wir dann auch benutzen die haben wir nicht zwei neue gebäude freigeschaltet was sehr cool alles klar vor der winn bis später die haben sich gefällig zu freuen so das haben wir schon mal fertig das geben wir für 40 leutchen 40 leutchen was haben wir denn noch und mit kleiner turm erweiterung b erweiterung b das könnten wir doch hier so hinbauen wir wollten diesen mörder kirche bauen wollten wir gar nicht wollten wir gar nicht nein das ding brauchen wir nicht was haben wir noch für die tür die tür braucht der kran ja auch irgendwie müssen wir reinkommen ein unglücklicher ich verstehe nicht warum die unglücklich sind kann ich nicht ganz nachvollziehen weil wir haben schon 1968 geht drauf und runter erweiterung c hello wir wollen ja nur nicht hier wie verrückt etwas auf tür b das ist eine kleine hundhütte tür a ist einfach nur die tür dass sie mal da eine tür kriegen und hier auf einer seite natürlich auch was war das jetzt für arne da drehen man da kann man die tür ein so schön das ist doch ehrlich was haben wir noch feines was das das war es ist das kamera zentrieren aha na gut hell oder dunkel helle und dunkel werden dunkel der dunkel haben wir gewählt nehmen wir mal hier eine helle so baubeginn zack baut mal so so ich hoffe das klappt jetzt so wie gesagt kirche läuft hier das rest der rest ist gebaut lassen wir das ding hier wir haben nur 48 großartig wir brauchen noch ein leutchen wir brauchen noch mehr leute dann nehmen wir hier nochmal zwei raus sind nur zwei am bühlen so reicht so die sind am schuften wie groß das ding ist fertig hier warte mal zack zwei leute die können ja auch nicht was machen damit wir das hier zum laufen bekommen so pro kirche das ist doch stimmt da war der dieser dieser raffinale turn da den müssen wir noch bauen müssen wir müssen müssen also warte mal was fehlt uns noch uns fehlt auf jeden fall hier noch ein lager wir brauchen noch ein lager mehr für die ganzen eisenherz geschichten das müssen wir gerne hier hinten haben haben wir können auch nicht mal was bauen weil wir haben minus wir sind gerade in dem miese wir sind gerade in dem miese das ist schlecht so lagerhauskosten 50 50 wäre super keine bau denke was ging doch mir ging nicht das wäre natürlich super gewesen aber auch freie dorfbewohner wir haben keine wir haben keine leute zu arbeiten jungens wir brauchen euch also ran hier jeder wird gebraucht was haben wir hier an leute bauarbeiter haben so viele bauarbeiter die werden wir doch mal um die brauchen nicht bauarbeiten wemstein mit specker müller stein eisenschmelzer dort eisenschmelzer die marie ist bauarbeiter eisenschmelzer schmied wir brauchen kühler kühler da ein kühler zack dann haben wir hier bergmann kühler schmied ich weiß nicht was damit spielt habe ich auch das ist auch ein schmied dann haben wir das schon mal durch uns vielen leute uns vielen leute ich hoffe mal ganz schwer dass wir ich hoffe mal dass wir bald im plus sind weil im moment waren wir miese aber das kann nicht mit den klamotten zusammenhängen klamotten haben wir reichlich und warte mal rot rot 25 20 brot haben wir hier wieso sagst du wieso sagst du nein wir haben 20 gut hier wo 20 stück jetzt sagt so ist freigeschaltet jetzt können wir klamotten verkaufen für 10 gold was ist das hier kräuter der kauft auch kräuter haben wir kräuter und die haben wir gar nicht kräuter wer cool haben wir aber leider nicht auch hier die die bären gehen uns auch aus dass man auf lassen mal ein bisschen klamotten verkaufen das können wir ruhig machen klar motten kräuter kein handel kaufen verkaufen bis zum wert von noch mal sagen wir sagen mal ganz grob so 3 40 40 40 so zwei neue verwohner sehr schön so wir brauchen auf jeden fall kohle guten abend reist schön dass du reinguckst herzlich willkommen an unserem dosi tag so ist hier jemand am arbeiten der oliver ist eingange und hier ist die marie bei und hier fehlen uns noch für das noch einer war den müssen warten bis sie da sind wir brauchen auf jeden fall noch ein lager aber wie gesagt wir haben moment böse miese wie sie also minus geschichten da müssen wir sehen dass wir da wieder wer darauf kommen ach ja gott ich werde dem volk helfen was kriegen wenn da liefere brot das können wir machen brot können wir liefern das ist jetzt nicht das problem das kriegen wir irgendwie hin zack so liefere fünf brot haben wir brot haben wir da wie ich will liefern oder in 15 tagen ist gut so lange müssen wir warten fertiggestellt die schmiede wo ist denn die schmiede da ist ja schon ein arbeiten doch nicht mal fertig weiß und schon jemand da sehr gut so wo sind die beiden jungs die nach arbeiten kommen wo sind sie belohnung zehnmal außer minus fünf liefere brot ja das ist das machen wir doch in 14 tagen brot haben wir doch was wirst du denn von uns so warum verlieren wir gerade leutchen ich verstehe es gerade gar nicht warum was weil was das mal gucken wo ist das problem ach hier richtig sauer so was mal was das problem dorfe wohnen erfolgen wo bist denn du die bürgerliche waren sind doch da sind die zu weit weg waren sind doch hier aber warum sind noch da oder nicht ach das brot rot verkaufen wir wahnsinnig dass das geht richtig das reißen muss aus den fingern das sind klamotten also ist auch eine neue woche angefangen oder wie wir haben nix auf lager warum nicht wieso haben wir nix auf lager was ist das problem augenblick da arbeiten zwei ok da sind zwei arbeiten und hier auch zwei sehr gut wer ist denn gerade nicht dass es hier nicht wie jemand wichtig ist geflitzt ist da ok so schäfer ja die ist noch da die pflücker sind auch noch da ich glaube wir brauchen mehr davon die reichen nicht mehr ich glaube da haben wir auch das noch immer mehr jetzt auch die sind auch am wühlen super hallo melonen schön dass du reinguckst herzlich willkommen so auf jeden fall wird hier gebaut wie groß aber ich verstehe nicht warum jetzt wieder hier bergab geht das ganze warum weil fehlt es an wir haben doch wir hatten doch den kram ich verstehe es nicht was ist los brot ist da bären haben wir auch gut 18 ist sich das ist das wahnsinnige da sind auch noch bären die werden auch verkauft das haben wir hier die haben wir klamotten da ist nichts drin warum hat er denn keine klamotten da martin gegast markt dabei der machhine ich stecke fest wo steckst du fest nein er ist da am boden hängt er fest kann ich den brunnen abreißen ja schwupps der das darf doch nicht wahr sein gut da müssen wir ein bisschen darauf achten brunnen ich brauche noch mal ein brunnen stellen wir mal da in die mitte so ja klar ich gucke mir die in den natürlich haben natürlich oh vielen vielen dank für dein follow für dein abo melonen vielen dank so wie gesagt uns fehlen leute und ich weiß nicht so ganz genau wie wir das das sind so viele die gerade so ein bisschen bedürfnis technische schwach sind es fehlt mit sechs leuten fehlt es an da ist das ist ja das fehlt hier waren waren haben wir wir haben sozusagen massenhaft waren wo wohnst du denn auf dem baum hier draußen noch mal markplatz hin hier da werden wir glaube ich nicht drum rum kommen ich baue das einfach mal was man auf markt platz macht so ein lebensmittelmarkt so ein warenmarkt daneben klick so unten luxus markt ich weiß nicht was das ist keine ahnung wir bauen es trotzdem mal hin vielleicht brauchen wir das ja für irgendwas ich weiß nämlich nicht was luxus ist keine ahnung so auf jeden fall hier wird die kirche zusammen gezimmert hoffentlich bringt uns das auch noch ein bisschen weiter hier nach vorne das wäre erst eine katastrophe wenn das hier im bach runter geht warte mal stopp mal kurz pause pause ist eine tolle sache weil wir haben gerade 50 da kann ich nämlich das lager bauen das lager wo ist das lagerhaus da das lagerhaus wir brauchen das nämlich für den ganzen krams was hier so ist hier oben ist diese lauferei nicht da da können wir nämlich das holz hier einlagern die kohle können wir einlagern die der schmied braucht das eisenerz und das eisen also ich weiß nicht was kriegen wir alles gar nicht darunter dann müssen wir sehen kriegen wir schon hin oder auch nicht so brot wie sieht das aus ich hoffe das funktioniert hier 16 brote haben wir hier noch rumfliegen hier haben wir oh gott brettware das ist ein bisschen knapp hier gerade was haben wir hier noch drin klamotten sind hier weizen ist da drin was haben wir hier vorne holz was ist das hier steine und hier dafür haben bewohner sich was ist hier auch alles voll hier gut die sammler zwei neue schließen sich uns an dass im moment so ein bisschen eine kleine gradwanderung was wir vorhaben ich bin mal gespannt was dieser luxusladen ist mal sehen was das ist was wir uns da also anbieten wollen mal schauen oh mein kaffee ist kalt huja ja 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 Bis zum nächsten Mal.